Oder anders formuliert, ist Ihnen eigentlich einmal aufgefallen, das Leben bedeutet, nie auch nur einen Moment aufhören zu können, zu atmen, das Herz schlagen zu lassen und herumscherwenzeln zu müssen. Immer in Aktion zu sein, nie stillstehen können, um zu leben, um zu überleben und sich fortleben zu machen. Und warum das alles, wenn am Ende Parmenides doch recht behält und dieser ganze Trouble und Trubel und Kinderkettenkarussell, doch stillstehen will uns.